Hallo hier bei MixiTV. Ich habe hier eine Cacherin, du bist die? Franz Sepp. Okay, und ihr habt etwas ganz tolles gemacht, das habe ich noch nie so schön gesehen. Zeig mal, was du gebastelt hast. Ja, wir haben ein Fotobuch gemacht von unseren ersten Geocaching-Anfängen. Haben natürlich dann, kann man auch discovern, also wir haben auch eine Nummer drauf. Und da haben wir eigentlich von den ganzen vielen Caches, die wir so gemacht haben, Fotos gemacht. Und haben dann immer beschrieben, wann wir sie gemacht haben, wie sie heißen, wo sie waren. Ja, und so ein Fotobuch weiß, glaube ich, jeder, der das schon einmal gemacht hat, dass das richtig, richtig heftig viel Arbeit ist. Das sind ja auch richtig viele Seiten. Also mehr Seiten gab es nicht, das war also wirklich, ich musste dann aufhören, weil das war, mehr Seiten konnte man nicht machen. Wie viele Seiten könnte das sein? Ich glaube, das waren 120 Seiten oder so. Boah, Hammer. Und dann überall beschrieben, an welchem Datum und wie das heißt. Genau. Und ganz, ganz toll. Genau. Das sind richtig Erinnerungen, wo man dann auch noch Jahre später mal durchladen kann. Genau. Hat wieder Erinnerungen an die tollen Elemente. Und da hinten sind dann unsere Souvenirs natürlich noch immer verewigt. Und im zweiten kommen da, Gott sei Dank, jetzt ein paar mehr drauf. Boah, Hammer. Also, finde ich ganz super gemacht. Ganz groß Respekt vor dir viel Arbeit. Also, klasse. Und wenn ihr auch sowas mal macht, schickt mir doch mal ein Foto davon oder ein kleiner Video. Ich freue mich drauf. Tschüss, euer Mixi. Tschüss. Tschüss. ית